Hallo ne Popöle, diesmal nehme ich für diese Karte die Roten, vorher gab es den Ritter, jetzt gibt es den Räuber, für den ich am Anfang zu einem Wiking eingeht. So, wenn wir jetzt verlieren, nur weil ich auf dieser Seite der Schlacht bin, dann weiß ich auch nicht. Ne, 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 was habe ich eigentlich gemacht? Kann ich mit? Ach, ich kann das Ding kurz machen. Ne, 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 ne. Ach, die kleine. Oh, die hübschen ist glaube ich es kommt gut. Ach nee, ich hab keinen Platz. Ich hab ja keinen Platz, oder? Ja. Die streiten sich da wie in der... Ich schätze... So... Seht auf sich raus... Wache doch, Wikinger! Nun kann ich nicht jede Akte aufsammeln, die ich verschossen habe... Okay... So, der braucht Hilfe... Er flankiert ihn... Und ich flankiere ihn... Was zum Teufel... Haben die Zeichner gerade Geräusche gemacht? Ich hoffe nicht... Man... Man ist zu langsam einfach... Viel zu langsam... Äh... Vom Angreifen und vom Schwingen her und allgemein... Guck so lol... Tipps oder wieder Youtube... Heißen bitte hier... Eh nicht! Nichts... Bild, ihr habt Conservatives... Aber, dass ihr hier gerade wieder steinkérthey livelihoods habt... Jetzt geht es jetzt! Oh Gott… x2 Was ist das? EIN! Achja... So... Achja, mein Bond ist ja soweit am Ende. Ist der Freund oder Feind? Ich weiß es nicht. Das sieht man einfach so schlecht aus der Ferne. Ich mache hier wirklich noch Geräusche. Ich hab doch geplockt. Ich... Die umzingeln uns. Äh... Flankieren uns, meine ich. Hm... Ich bin nervig. Mensch, block doch! Ah, nein. Man kann nichts machen. Man kann machen, was man will. Man kann einfach nichts machen. Los, komm her, du. Wollt. Man kann nichts machen. Wie ist die Welt? Oh, komm her, du. Wollt. 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 Nein, wie gesagt, so... Also, mann... Ordentlich jetzt hier da was schönes. Das ist doch nicht die Möglichkeit! Der ist einfach zu langsam mit dem Schwingen. Okay, die Aktion ist nicht meins. Und beim Train ist er auch zu langsam noch. Haben die das nur gut gemacht? Die sind ja schon mitten in Überzahl. Wollen die mich verarschen? Nur weil ich jetzt starten oder was? Shut up! Charge! 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 Ja! 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 Ich hab doch gar nichts. Ah! Ey, dieses Spiel! Hm... Ich... Waaaah! Genau, ich... Ich blechsteck! Ach, jetzt auf einmal! Na gut, fahren wir auch nicht. Kann es sein, dass wir heute hier vier Strukturschaden machen? Ja, sind wir weg. Apropos Strukturschaden. Was die können, können wir auch. Oh! Oh! Toll! Ja, wirklich toll! Ah! Fertig! Ah! Fertig! Ah, das ist schon fertig! Gut! Den Hammer, dann lass ich mal hier liegen. Kann ich hier irgendwo wieder auf den Darker schauen. Der! Na? Na? Mann! Na? 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 Schnell, da wird umzingelt, da braucht Hilfe. Und wir liegen so, weil ich hier drinne bin, oder was? Hm, schön, gesichert. Mensch, ich wechsle die Buster. . . . . . . . . 1 2 2 2 2 Ja, schau ich! Ja, schau ich! Hahaha! Ich fiebe... ...mäh, damit die Pratt-Panier... ...ok... ...durch voran kann den Kriegern... ...durch voran kann den Kriegern... ...oh, die Kriegern... ...hä... ...eh, damit die Krister auf... ...ok. ...die Ware noch nicht da drinnen... ...ok... ...schnell weg! Jaaa, ich schiele gegen einen daaa Da hat man einfach keine Chance. Was? Och nö. Wir verlieren... Immer wenn ich auf dieser Karte blau bin. Nö, äh, ja. Auf der blauen Seite. Verlieren wir. Hab ich das Gefühl. Immer. Töke, 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 Töke. Ich kiel, hammer und. Lüben, wo? Lüben, hammer? Nein, da bin ich nicht. Nein. Nein. Halt, wenigstens. Halt, da bin ich. Zitelt. Zitelt, weißt du gut. Durch. Zitelt. Viele einzeln? Okay, da hat man ne Chance. Viele gegen einen? Nein. Gut, wieder was gelernt. Das ist doch nicht die Möglichkeit, Mensch. Ah, ich spiele nicht hier so zu kämpfen, wie man will. Gut, diesmal halt die Fehlperspektive. Gut, diesmal halt die Fehlperspektive. Ah! Oh! 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 44, noch 400? Warte mal, verliert ihr überhaupt was? Immer wenn ich auf der blauen Seite bin. Und jetzt bin ich auf der... Ich glaube, auf diese Karte bin ich... ...ich, dann bin ich die Eifel. Na, komm her, die. Na, 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 brauchst du dich? Toll! Ich hab das Pferd getötet. Das gute, tolle Tier. Oh! Ja, wie eine Niederlage, sage ich doch! Ah! Komm, das hier mach ich noch kaputt und das hier mach ich noch kaputt. Ah! 320, okay. Das war der Räuber? Ja! Ah! Ich weiß nicht, es liegt doch vielleicht einfach nur immer an mir. Aber es scheint... Aber mir scheint so, als hätte das Spiel da ein Paar. Ah! Oh, was ist denn mit meinem Timer passiert? Oh, das Ding ist aus. Ah! Toll, jetzt muss ich meinen Timer noch laden, aber okay. Äh, danke fürs Zuschauen. Das war der Räuber Hotzenplotz. Ja. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ich glaub, das war der Soldat. Der Fußsoldat? Ach, keine Ahnung. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Ja. Ja.